Ich spiele akustische Gitarre. Mögen Sie die elektrische Gitarre? Das Saxophon spielt schöne Musik. Das Konzert beginnt um 8 Uhr. Ein Orchester hat Streichinstrumente, Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente und Schlaginstrumente. Eine Symphonie wird von einem Orchester gespielt. Ich lerne Schlagzeug zu spielen. Der neue Musikshop bietet Gitarrenunterricht an. Sie liebt es, zu singen. Als ich ein Kind war, gaben mir meine Eltern Klavierunterricht. Jede Kultur auf der ganzen Welt hat seine Musik. Der Dudelsack kommt aus Schottland. Die Gitarre kann romantische Musik spielen. Einen Musiker, der Klavier spielt, nennt man Pianist. Ein Musiker, der das Piano spielt, nennt man Pianist. Carnegie Hall ist ein weltberühmter Konzertsaal. Carnegie Hall ist ein weltberühmter Konzertspiel. Rockmusik begann in den Vereinigten Staaten. Rockmusik begann in den Vereinigten Staaten. Wenn Musiker zusammen spielen, nennt man das eine Jam Session. Ich höre gerne die Flöte spielen. Er ist ein Geiger. Eine Gruppe von Musikern, die zusammen auftreten, nennt man eine Band. Wie viele Songs hast du auf deinem iPod? Früher habe ich Musik auf CDs gehört. Dies ist mein Lieblingsradiosender. Dieser Club spielt Livemusik am Wochenende. Mein Bruder ist auf Tour mit seiner Band. Ich habe einen Job, Konzerte vorzubereiten. Wir brauchen jemanden, der Bassgitarre für unsere Band spielt. Ich suche nach einem Mikrofon. Ich suche nach einem Mikrofon. Diese Gitarre muss gestimmt werden. Das Digeridoo ist ein australisches Instrument, das vor tausenden von Jahren erfunden wurde. Sie spielen das Digeridoo wie eine Trompete. Schauspieler im Theater werden manchmal Mimen genannt. In einem Live-Theater aufzutreten ist schwieriger als in Filmen. Ich bin nervös, live vor einem Publikum aufzutreten. Ich bin nervös, live vor einem Publikum aufzutreten. Wir haben Proben jeden Abend in dieser Woche. Wir haben Proben jeden Abend in dieser Woche. Ich werde die Hauptrolle vorsprechen. Ich werde die Hauptrolle vorsprechen. Wir werden unseren Freund in dem Schauspiel sehen. Möchten Sie mit mir ins Kino gehen? Lassen Sie uns etwas Popcorn holen, bevor der Film beginnt. Lassen Sie uns etwas Popcorn holen, bevor der Film beginnt. Warum kommst du nicht zu mir nach Hause und wir sehen uns einen Film an? Ich werde Ihre Zeilen mit Ihnen proben. Ich werde Ihre Zeilen mit Ihnen proben. Das Studio stellt Tontechniker für den neuen Film an. Die Hauptrolle des Stückes erfordert Singen und Tanzen. Ich hoffe, dieser Schauspielunterricht wird mir helfen, Schauspieler zu werden. Mein Bruder schreibt ein Drehbuch für ein Theaterstück. Diese Frau ist ein Star bei einer TV-Show. Ich glaube nicht, dass er ein guter Schauspieler ist. Der Film hatte großartige Spezialeffekte. Ich mag keine Horrorfilme. Dieser Film war schrecklich. Das Film war schrecklich. Es gibt einen neuen James Bond Film. Es gibt einen neuen James Bond Film. Sie ist ein Model und eine Schauspielerin. Sie ist ein Model und eine Schauspielerin. Sie ist ein Model und eine Schauspielerin. Sie ist eine Schauspielerin.